Yo, liebe Leute, ich bin's wieder, euer Masterpie und ja, wir beginnen mit dem Tausch in Devil McCry, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ein Boot, ein Swatwagen, ein normales Auto? Ah, okay. Ich finde das so genial mit den Lichtzeichen. Hmm. Hmm. Die hat ganz schön Angst um ihr Kind. Na gut, welche Mutter nicht, auch wenn es eine... ...Dämonin ist. Ich dachte schon, ihre Hände wären verbrannt. Bewege dich. Ich glaube irgendwas passiert. Was zur Hölle? Oh nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Wir sind weg. Ich wusste es. Wir sind weg. Wir sind weg. Warum hast du das denn gemacht? Ich musste es. Man legt sich nicht mit Göttern an. Bringen sie heraus. Los! Was ist los? Scheiße, warte mal! Das werden sie nicht schaffen. Okay, jetzt müssen wir, ich dachte jetzt schon. Total von Tend jetzt gerade, ich war so auf die Katzen fixiert. Hammergell inszeniert, ey. Das ist jede Folge so. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, natürlich Meine Fresse, der kann aber driften Vor allem, dass das Auto drauf haben muss, leck mich am Arsch Okay, ich darf nicht von dem LKW Das muss einem auch erstmal gesagt werden Oh, nee, oder? Ach, Leute Oh, nee, oder? Oh, nee, oder? Das war die Mission What the fuck? Ich dachte, da kommt jetzt ehrlich noch was Scheiße Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, naja, okay Ich denke mal, dann wird es nur noch den Bossfight geben Ja, ist die Zeit schon um, das habe ich mich auch gerade gefragt Perfekte Trophy Aber in der Zeit Triple S, also Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part Sorry, dass der leider so kurz ist, aber Ja, das ist das Spiel Ja, dann geht's Vielen Dank.